Moin Leute, was geht ab? Zu heutem Video auf meinem Kanal. Heute zeig ich mal wie ihr ein Spiel schließen könnt auf der Playstation 5. Wir müssen zuerst auf den Button und dann müssen wir hier hin, da wo Fortnite ist oder da wo euer Spiel ist. Und dann können wir hier rauf drücken und dann könnt ihr hier Spiel schließen. Ja Leute und das wars auch mit diesem Video. Tot rein und ciao.